Wir Menschen, die jetzt draußen bei der Kälte am Parkplatz sind und draußen stehen, vielleicht für Connect-Mitarbeiter. Übrigens wisst ihr, dass die Bekehrung eines Menschen nicht hier vorne erst dann stattfindet, wenn der Aufruf ist. Sonst beginnt es schon draußen am Parkplatz, wie Leute anderen Leute begüßen und freundlich den Parkplatz einweisen und dann mit dem Schild an der Tür stehen, schön, dass du da bist, willkommen, herzlich willkommen. Dann die Musik, die im Foyer hier einmal eine Atmosphäre, der himmlischen Atmosphäre verbreitet. Dann der Kaffeeduft, gerösteten Kaffee hier schon verbreitet. Du kommst in den Saal, er ist schön aufgeräumt, er ist einfach sauber und auch schon der Musik spielt hier. Dann kommt der Worship und wir können gemeinsam Gott anbieten. Das ist nur möglich, weil so viele Menschen hier mit dienen. Und können wir mal all denen einen mächtigen Applaus geben heute Morgen?